Weißt du was? Als ich Thorsten runtergezogen hab? Ey, ich bin erst da draufgekommen. Nein, davor. In der vorherigen Runde. Weil ich euch alle abgeschossen hab. So, aber da habt ihr mich auch gewusst. Du hast mich auch schon da ein paar Mal abgeschossen, nachdem die Runde schon vorbei war. Ja, aber nachdem die Runde vorbei war, ist ja kein Problem. Eben, da war die Runde schon vorbei, nachdem du Puffi getötet hast. Nein, verstehst du nicht. Bin ich jetzt einfach auch ein gutes. Nö? Nö? Dann sehen wir, wie wir erwähnen bringen. Jetzt liegt meine Wiegel noch hier. Das ist unglaublich. Da, ich suche einen... den... den. Ich suche jetzt mal was Bestimmtes. Oh, jetzt übrigens der Goldner. Würfel. Geil. Ist das die? Ne, das ist die nicht. Wo? Hallo? Aua! Sorry, ich dachte du wärst auch mal. Ja, und dann? Er will mich abknallen, ich muss mich verteidigen. Vor allem Puschel und Domreff, also die Nase ist ja auch total gleich. Boah, 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 boah. Verbrenne. Wenn's jetzt green ist... Ah, äh, hallo. Ja, ich bring ihn jetzt um. Dafür hat er Puschel abgeschossen. Was? Ich hab Puschel nicht abgeschossen. Ich lebe noch, ich lebe noch. Aber ich hab bloß noch die Hilfe an dir. Daniel und Puschel sind hier oben bei mir. Ich bin auf dir. Ich wollt grad sagen, der Daniel steht auf Dom. Lass mich auf dich raus! Nein! Oh, heiße schwulenspielchen. Verdammt. Oh. Gut green war's nicht. Jetzt kümmert euch drum wer ist. Dom ist da hinten. Vielleicht war ich ja. Ich hab ihn dafür vorhin gerade totgeschossen. Uhr. Ja, wir sind nicht quitt. Jetzt darf ich dich wieder einmal abschießen. Oh, jetzt darf ich dich wieder einmal abschießen. Nein, sicher nicht. Ich hab dich noch nicht Wendem gekillt, außer vorher, nachdem du mich umgekillebst. Kindergarten, Kindergarten, das coole ist bestimmt einer von uns drei und jetzt незligen stehen gleich zwei Leute. and dawn apa 출 marvel. Domически, ich hab doch ein Video. Sonst zu bitte ich. Uoe. Jetzt bin ich schon wieder... Ja toll, jetzt bin ich schlecht dran. Jetzt bin ich schlecht dran. Dugo stirbt. Ist Daniel das? Daniel. Was? Was? Ich muss mich in letzter Zeit immer abknallen, jedes Mal, wenn ich mit ihm schlafe. Wieso denn? Du knallst mir auf. Ich bin kein Trader. Ich bin Daisy. Oh nee, der Schweizer ist da. Da schieße ich jetzt. Ja, das ist aber schuld. Wo ist das denn? Daniel? Au! Warum? Es ist egal, ich war eh fast tot. Weil du Buffy erschlossen hast wahrscheinlich? Nee, Buffy lebt noch. Hä? Buffy lebt doch noch. Oh, ist ja cool. Warum warst du rot? Nein, entweder ich wurde erst angeschossen vom Green und dann bin ich runtergefallen und dann bin ich verbrannt. Oh, du hast runtergefallen und Buffy war so ruhig. Ich dachte, du hast ihn erschossen. Nein, ich habe ihn ja gerade selber gesucht. Ich habe doch tüß gesagt. Ich habe doch tüß gesagt und bin vom Vormgesprung. Ja, ich dachte, du hast tüß gesagt, weil du gestorben bist. Nee, sag ich nix. Vielleicht sagt Dominik ist das. Allein aus Prinzipien, Thorsten, dass ich das bin. Hey, ähm. Wo ist es zu helfen? Wo ist es zu helfen? Warum will mir jeder helfen? Warum ist es unten Blut? Weil du nicht alleine kommst. Ja, nee, ist klar. Das ist auch immer du magst, dass nicht, wenn du alleine Trader bist. Nee, mag ich auch wirklich nicht. Verraten wir dir an, obwohl ich kein Trader bin. Nein, Buffy ist natürlich kein Trader. Green, bist du der Trader? Ich bin nie Trader. Green, bist du es wirklich nicht? Daniel, du hättest einen Headshot gehabt, also halt die Klappe. Ich meine, ich traue ihm nicht. Ich habe nicht gesagt, du bist das. Alter, Buffy hat den Green erschossen. Was? Green, äh, Buffy hat den Green erschossen. Warum das? Ja, weiß ich doch nicht. Weil er Traitor ist oder so, keine Ahnung. Deswegen soll er Buffy erschossen. Nein, ich bin gerade noch dabei. Der schwimmt hier hinten. Da, 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 da. Aua. Ich halt. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ey. Ey, Jungs, ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Buffy, warum hast du den Green umgebracht? Du hast mich nicht mal getroffen. Ich habe nichts abgezogen gehabt. Buffy. Waterworld, Waterworld, Waterworld. Achso, ja, ja, ja. Buffy, warum hast du den Green erschossen? Will Terraria. Kenn die Web nicht. Der hat mit einer Pistole auf den Tom gezielt. Ja, weil da Dominic war. Stimmt, oder? Ich mach mal Terraria, das ist auch cool. Ich wollte schon mal auf mich schießen, würde er einfach so random. Ja, würde ich, weil ich Traitor war. Alter. Ich habe nur gesehen, es sind noch zwei Leute da. Bevor ich jetzt sterbe, erschieße ich lieber schnell Pusche und danach zum Tom. Ja, und ich habe Buffy Stadio-Archis, weil er ist mein Pusche. Komm, er ist die arme Pusche. Bei einem Headshot. Tschüss. Ich war gerade total verwirrt, ich war der Festival, der so ein Buffy ist, weil Buffy einfach so als Kette-Küner geschossen hat. Ich nicht. Oh, wie klein ist das denn? Ach, das war die Kleine? Ja, die ist das. Ich hasse die. Ich hasse die. Ah, voll die scheiß Grafik. Darf ich Scheids anmachen? Nein. Buff, Buffel? Nee, Buffel. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden, wie ich heiße oder wie der Buffy heißt? Das war Buffy. Buffy heißt Buschel und du heißt Buffy. Ich heiße Busch. Buffy heißt Buschi. Oder Buffy. Buffel. Wie sind hier keine... Buffel muss auch gerne funktionieren. Warum sind hier keine Waffen? Ja, das weiß ich nicht. Und wir sind wieder da und ich kenne die Map nicht. Auch nicht. What the fuck? Ja, Buffy ist übrigens tot. Die liegt nicht. Die wollte ich gerade sagen, weil die... They failed to their death. Ja, sie ist zum Tode gefallen. Aber sie kann ja hier runterfallen. Ach, hier. Wir sind ja eh noch Preparing, also Buschel kann auch noch gehen. Ja, ja. Sind hier bitteschön Waffen? Ah, nein. Das ist so dumm. Gibt keiner Waffen. Ich hab einfach mal Waffen hier drin gesucht und da sind keine. Nee, hier sind auch nicht sehr viele Waffen drauf. Das ist das Problem. Ah, ist nicht schlimm. Ich hab jetzt eine Waffe gefunden, aber die ist scheiße. Ich hab jetzt nur USP, nur. Ich hab nur eine... Ja, ja, ja. Sniper. Sniper. G3 ist hier ein, so ne Degel, du weißt ja nicht. Hallo Green. Tschüss Green. Toll, Lenyo. Super. Oh, ich bin Traitor, was? Ob ich mir mal ne Silence? Lenyo, beschieß mich bitte nicht. Nein, du hast nur ne Crow, weil ich erschieße niemanden, der sich nicht schiebt. Ah, hallo Dom? Ja, ich suche eigentlich nur ne Waffe, aber ich finde keine. Hallo Dom, willst du mich verarschen? Du gibst hier keine Waffen. Du bist langweilig, ich wollte aber auch nicht rauspringen. Aua. Äh, bist du jetzt runtergefallen? Puschel ist es, ich hab sie gesehen. Nein, Dom ist tot. Ich war es nicht. Sie hat ihn erschossen, ich hab's ganz genau gesehen. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich hatte ihn erschossen, Headshot. Ich war es, sag mal. Fuck. Nee, sie war es nicht. Dann, dann ist es Lenyo. Ein Buffy. Fuck. Seid ihr doof? Ich war es nicht. Keiner von euch, von welcher Waffe ich getötet worden bin. So, der schießt erst. Es war doch nur ein Sniper, oder nicht? Ich hab ne M16 gehabt. Doch, es war ein Sniper. Das war ein Sniper erschossen. Und ich hab ne M16. Das war ein normaler Sniper. Ja, das war ne ganz normale, ne ganz normale Piff halt. Hallo, ich hatte ne M16. Ja. Aber Hauptsache, ich bin's erst mal. Ich hab nur, ich hab nur dich und, und, äh. Ich war selbst erstaunt, dass der Dom plötzlich weg war. Ich dachte, der ist runtergefallen und dann sehe ich die Leiche und dann hieß es schon, ich bin. Ja, aber genau so, so genau lügst du eigentlich auch immer. Nein. Ihr hättet gerade einfach gucken sollen, das war das Problem. Ja, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie ich dann tot war. Ja, das, also, im Endeffekt war es meine Schuld. Ich gebe es dazu. Ne, ich muss einfach das jetzt mal gucken, von welcher Waffe. Äh, achso, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich hab gehört, welche Waffe es war. Nur, ich hab, Buffy, hab ich gar nicht gesehen dahinten in der Ecke. Ich hätt auch gar nicht mit Buffy jetzt gerechnet. Ich schon. Buffy, du kleines Luder. Du kannst ja nur nicht reden. Sehr froh, dass ich dich nicht als erstes umgebracht. Oh, ich will nicht immer diesen Extra-Bonus. Ja, du hast dich bewegt, deswegen war es zu schwer. Achso. Was ist das? Mr. Swiss Green, die haben beide gerade den Text vorgelegt. Die sind beide wohl scheinbar innocent. Ach, du hättest mich jetzt geschossen. Ach, hab ich gar nicht jetzt zugehört. Daniel, machen wir uns zusammen, wo bist du? Daniel, ich bin jetzt gerade totgeschossen. Ich vertraue ihn vielleicht mal. Das muss man sich mal mit einem Schweizer verbinden. Da hinten läuft der Bufanda. Da ist Dominik, Dominik, ich bin hinter dir. Hallo. Wer ist das? Ich hab euch gesagt, ich bin's. So, jetzt müssen es entweder Puschel oder Bufanda sein. Also jetzt kommt gleich Buffy als erstes. Kommt gleich durch. Hallo, Bufi. Von der anderen Seite kommt weg. Hallo, Bufi. Hallo, Bufi. Da kommt gleich Bufi. Das sind Bufi und Bufi. Bufi, jetzt sind die dritte Jahre weg. Ach, da hinten? Hallo. Ja, schickt euch doch. Toll. Was sollen denn diese Random Kills, Leute? Mal ganz ehrlich. Ja, ich wusste, dass ihr es seid. Ja, ne, ihr wusstet überhaupt nicht, dass wir es sind. Das war einer von uns beiden und es war jetzt wieder Random Kill. Das hätte ich auch nicht gemacht jetzt. Ich hätte jetzt auch abgewartet, aber... Ja, das sind immer diese Random Kills, die passen. Aber so in Random Kills nerven, wenn es dann einen selber betrifft, wenn es jemand anderes war, wird auch gleich rumgemeckert. Ja, ich hab Puzzle-Headshot gekauft. Ja, ich hätte nicht beschwert. Ja, stimmt schon. Ich sage ja, das hätte nicht sein, Ich hätte mich nicht beschwert. Nein, Dom. Nein. Nein. Oh, was hab ich denn hier gleich verhindert? Der Puzzle hat gar ein Geil. Ey, ich hab auch einen. Oh, cool. Wie krass. Du liebierst du von den Sky. Ich hab nix. Hier ist ein MP5, die nehm ich mit. Nein, ich hab hier noch was. Hallo, Buffy. Hey. 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 Da auf den Knallen zu werfen. War das nicht? Ach. Ach, nö. Nö. Hm? War das nicht? Das war Buffy. Buffy. Ich bin innocent. Der Puzzle hat so viel geschossen. Ja, aber ich bin's doch nicht. Scheiße. Alter, was ist hier los? Das ist auch nicht. Die waren die ganze Zeit random kühlen. Ich hab jetzt Buffy und, äh, äh, Buffy und Green umgebracht. Die waren zwar beide nicht und ich bin's auch nicht. Also, weder Daniel oder Dom. Ey, ey, Daniel, was ist denn hier los, Alter? Weißt du, selber, die irgendwie sterben alle als Traitor und irgendwas besser. Ich hab den Buffy umgebracht, weil ich, wenn er nicht vorgelesen hätte und er dachte, der Green, ich bin das. Daniel ist, Daniel ist. Scheiße, wo denn? Na und? Aua. Seid doch behindert, warum macht ihr die Gäste mit Random Kills? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, stimmt, du bist sofort gestorben. Ich will nicht mal von wo, Alter. Du bist schon, Alter, voll die Böse. Ich hab das ein Problem. Hast du keine Kumpel mehr? Doch, warte. Wie kommt man da oben hin? Wo Daniel ist oder wo kust du das? Daniel, du musst du einfach... Okay, dann kann man da ganz oben hin. Du oben in die Luft. Ach, ganz oben kommst du, glaub ich, gar nicht hin. Hab ich noch keinen Weg gefunden. Daniel, Alter, das ist so geil. Schau mal ganz genau die Augen auf. Du traust dich zurzeit nur nicht zu schießen. Du wärst eigentlich schon tot. Ja, weil... Ja, weil... Das ist... Hä? Hä? Folle, Puschel, Folle. Wie geil ist das denn? Ach da! Nein! Wie geil! Alter, was war das für eine Reaktion von mir? Das war aber echt gut, Puschel. Ich hab nur noch zwei AP. Wie geil. Der hat mich echt witzig gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ich hab's noch nicht gesehen. Und ich denk, Alter, wenn ihr jetzt rausläuft, ne? Und dann so eine Flakgranate einfach mal random weg und vor. Und vielleicht trifft man's ja. Ich hatte gerade echt Glück gehabt mit dieser Waffe und dem Ziel. Ich war gerade immer wirklich erstaunt. Der kam in die Ecke und ich dachte mir so, oh. Ähm, ja. Oh ja. Ich hab so gedacht, ah ja, wenn Dom da liegt, vielleicht liegt er mich da nicht. Ah, ich hab die Diegel. Ich hab auch nur Diegel. Ich hab gar nichts, wie immer. Aha. Ich hab dann 16. Der muss sich halt wieder Traitor sein, weil ich hatte eben auch keine Waffe. Sorry, Puffy, dass ich dich abgeschossen hab. Ich dachte, ey, du warst das, weil du dich vorgelesen hast. Dann krieg ich mir. Ich musste mir die Silence... Ey, komm, ich hab dich wenigstens nicht einfach so abgeschossen. Vielleicht der die AK holen kann. Ja, toll. Ja, das geht jetzt wohl nicht. Innozent, aber wir lesen die so nicht vor. You are a... Okay. You are a traitor. You are a traitor. And you, keine Ahnung, wo es da stehen könnte. Okay. You are playing trouble in terror. So busy is this. So busy is this, okay. Nein, ich bin bei Green. Hallo, Green. Ah, da. Ich hab nur im Kreis. Hm, okay. Buffy ist tot. Buffy ist, Buffy ist, Buffy ist gefallen, ich hab gesehen, wie er gefallen ist. Sicher? Nein, Daniel hat mich erschossen. Ja! Alter! Äh. Okay, es ist doch mal. Ha, Idiot. Du wolltest grad sagen. Du wolltest grad sagen, weil Green war ja bei mir. Wie hast du denn das geschafft? Was war das denn jetzt? Er ist gefallen. Er ist bei Buffy. Ich geh dann mit den kleinen Kameras aus. Oh, ja. Ja. Dann sind die Messer. Oh, ne Röder gefällt. Wie geil war das denn jetzt? Brauchst du auch nur. Äh, geil. Ich hab zwei gebraucht. Wenn du warst, dann war er tot. Ja, ne, zwei. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Ich brauchte auch das letzte Mal, als wir die letzte Runde gespielt haben, muss ich für dann auch schon mal. Wie lange wir jetzt aufnehmen? Ist das jemand? Schon viel länger als eine Folge, du musst das auf jeden Fall dann zusammenschneiden. Ja, das ist klar. Ja, ich hab dazwischen. Achso, das ist jetzt mal eine dritte Folge. Juhu. Ach, Mensch, ich muss halt meine Waffe nicht. Oh, wie das mit der Waffe musst du fixen? Bummt. Habe ich doch aber eigentlich schon. Aber nicht funktioniert. Ach, komm, ich will meine Waffe nicht. Fick dich. Ach, ich hab ne AUG. Sehr gut. Ich hab auch ne AUG. Ich hab... Ich hab eine Stange, mit der kann ich hauen. Warte mal, ich will mal kurz Probeschule geben. Wie du mir die Tür gehst, kommt mal aus. Ah, okay, gut. Ich hab auch ne AUG. Ne AUG. Da geht's hoch? AUG? Hallo, Daniel. Hallo AUG. Wüsste ich gar nicht. Du musst aufpassen, wenn du runter gehst, weil du sonst auf die Fresse fällst. Äh. Wer ist tot? Der Green. Gott, wie kann man nur so sein? Warum ist der Green tot? Weil er runtergefallen ist. Wie alle anderen davor auch schon. Ich hab das gerade gesagt. Okay. Wo liegt der? In meinem Haus. Beim Haus? Ja, in meinem Haus. Weil ich n... in dem... in dem... in dem blauen hier? In dem hübschen. Ne, sind beide hübsch. Ach hier, alles klar. Ich hab's ihm gesagt. Wie kommt man da eigentlich sicher runter, mal ne Frage. Ja, eigentlich in den... Dings. Ach hier kann man... Hier kann man sterben. Hier kann man sterben. Weiß... Ich bin auch innocent. Anruf. Hilfe, Dom rief mir hinterher. Nein, Dom ist Traitor. Nein, Dom ist Traitor. Aua! Äh. Warum hast du ihn jetzt erschossen? Ich dachte, er wird Traitor, weil wir ständig hinterher landen. Ja, das war nur Spaß. Keine Ahnung. Danio? Ja. Gut. Eindeutig du das, Pusche. Was? Oder doch, Danio. Na, ich bin's nicht. Also, Danio. Wo ist Danio? Nein, ich bin's nicht. Doch. Wo ist Danio? Na, A.O.G. beschossen. Ja, ich hab auch einer, aber ich hab nicht auf dich geschossen. Ja, die kam auch von oben, das hab ich gesehen. Okay. Bin's aber nicht. Ich glaube, Thorsten ist es. Irgendwann. Weil er mich einfach so random gekillt hat. Aber verstehe ich echt, dass sie sagt, Thorsten, das kannst du nicht machen, ey. Deswegen hab ich ihn auch nur angeschossen. Genau deswegen hab ich ihn angeschossen. Oh. Ja. Schade. Schade. Schade, ne. Dann hab ich dir umsonst vertraut. Mann, ey. Ah ne, Donner. Ich push. Ich wusste es. 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 Wofi, aber du hast selber Schuld gehabt. Der einfach so, weil er schießen muss sterben. Ja. Du hättest wirklich nicht erschießen müssen. Der Pusse eigentlich übernehmen müssen. Ja. So, ich mach jetzt einen kurzen Aufnahme kassieren. Aber du hast immer zu viel bewegt, das war problematisch. Das ging auch ganz einfach, hast du gesehen. Ja, du. Ich mach auch kurz Aufnahmen. Nee, deswegen trau ich mich auch mehr. Ich stand vor dir, ja? Nee, doch. Weil du von hinten gekommen bist. Du bist von mir. Du bist von hinten gekommen. Du bist von hinten gekommen. Du bist von hinten gekommen. Gar nicht. Wir kommen gerne von hinten. Ohhhh. Kann sein, dass es für jede Runde immer nur eine Art von Waffen gibt. Ja, jetzt haben wir alle die links. Ja, die Tat ist sehr beschränkt mit der Waffe. Nee, nee. Nein, generell. Es spawnt nur eine Waffenart immer. Nö. Doch. Was habt ihr jetzt alle für eine Waffe? Ich hab ne huge. Die liegen zum Beispiel. Ich auch. Ich hab mal ganz. Nen 16. Ach so, ich hab. Nen 16. Stimmt. Das hab ich ne Pump Shotgun. Na toll, ich hab die huge. War auch noch nen 16. Ach nur, nene 16. Ach nur, nene 16. Boah. Das war ein Witz. Das war ein Witz. Alter Dommi, du bist so dumm. Dommi, Nick, warum machst du sowas? Hab ich gedacht, sie ist traitor. Ohhhh. Ohne Worte. Dommi, ich hab gerade schon den richtigen beobachtet. Time to say goodbye. Ich glaub ich weiß sogar wer's ist. Ich nicht. Ich hab grad schon den richtigen beobachtet. Nee, hab ich nicht. Ah, da ist Buffy. Ach krass. Guck mal, kommt hier auch hoch. Wo, wo ist eigentlich Buffy und Daniel? Hier ist Buffy. Buffy, geh weg. Hallo Greg, Greg, Greg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Buffy, geh weg. Wer ist vom Server runter? Daniel ist noch vom Server. Daniel spielt's auch noch? Hey, Daniel ist ja wieder da auf der Cam. Wuffy, geh mal weg. Sonst. Wuffy. Alter Puschel. Du mal bei mir guckst, Alter. Ich bin jetzt dreimal fast gestorben. Hm. Trau mich nicht, warum machst du sowas? Hey, die ganze Seite ist ein Pümmel. Was? Hier, wo ich bin. Hier da oben auf dem Turm. Guck mal her. Hier, wo ich bin. An der linken Seite von euch. Hä? Wo ist links? Bin links. Ich bin links. Und sieht euch außerdem, weil unten auf dem Boden spielen, ähm, Schatten sind, obwohl ihr da auch irgendwann nicht seid. Einer von euch hat ne Rifle oder sowas ähnliches, jedenfalls etwas längeres. Stimmt, das andere... Oh. Hätt mal besser auf den Schatten gucken sollen. Du ist tot. Egal, es sind nur zwei da. Echt wer? Dann ist es Daniel. Ich bin auch tot. Ach so, dann ist es tot. Ich weiß ja nicht, wenn ich die ganze Zeit rede, dann weiß ich noch nicht, wer tot ist. LOL! Wie geil war das denn? Puffy hochgestürmt, zack, tot. Also wie hast du das denn jetzt geschafft? Green, warum hast du mich denn jetzt abgeschossen? Hab schockt dann. Doch, wenn ich sage, ich bin Traitor, muss das nicht zwingend stürmen. Du hast mich abgeschossen. Warum hast du mich abgeschossen? Das war ich. AWP oder was? Pilots AWP, Daniel und dich. Ja, dann haben wir mich abgeschossen. Man kann aber wirklich, wenn ihr da auf dem Turm seid, sieht man die Schatten. Ja, ich hab's auch gesehen. Unten auf dem Boden liegen die Schatten, das ist total geil. Ich war aber erst irritiert, ich dachte...